herzlich willkommen zurück zu world of tanks ich wollte mit 67 der 50 selber streber und habe heute einen u18 dabei in jesse j grüß dich so ich habe noch heil noch hier drin gehabt scheiße gehabt aber ist egal und hierzu auch das ist das ist gut bei mir läuft auch alles so dann schmeißt was rein ich kann mich ja jederzeit hier anpassen sollte ich was los im klaren der papst johannes paul der zweite ist auch schon dabei niedrigen ein bisschen zug fahren heute zu fahren im panzer 4 kann ja noch was einschalten ach so jetzt sieht man mich auch noch auf backe afira will erfahren auch mal russen und los geht's wollen wir gucken die gefechte heute abend zu laufen naja nach meine windows zeit nehmen wir das toll meine windows zeit stimmt die geht für die stunde wieder nach meine windows uhr toll oder mal abgleichen soll er macht es nicht die uhrzeit es ist halt windows wünschte volt of tanks würde richtig schön die lux klein vergeben dann bräuchte man diesen schrott von windows gar nicht leider nicht ich hatte das früher mal gehabt das konnte jetzt recht basteln war ganz gut mittlerweile haut es nicht mehr hin schade eigentlich heute abend los server überlastet hallo was ist hier los wir sind einfach zu heftig und finden keine gegner die frage er wo packen wir die luschen rein ja ich wollte es nicht so sagen ok wir wollen wir schauen was geht über 112 bei mir 112 ist hier noch gar nichts ach ja je aber dieser blöde karte hier die ist doch ätzend jetzt hätte ich lieber mal einen schönen vierer jagdpanzer ja gut man kann ja alles haben ja einfach das leben ja auf dem weg hast du leid ich sehe bisher noch gar nichts ich bin noch nicht drin ich bin gleich wieder raus das war schön hätte sowas auch schon mal gehabt dann kann ich das gefecht rein hochstelle ich bin drinne bums fahre ich weg das sind keine hd grafik hier er passt irgendwas nicht da muss ich gleich mal ein bisschen lauter machen bei mir mts kommt zu leise rüber wir haben alle da drüben ach du scheiße das wird doch schon wieder nix das wird doch schon wieder nix ja hatte sie kommt jetzt kommen die anderen erst rüber meine güte weg beseitigt beseitigt muss ich kurz im test mal ein bisschen lauter machen bis zu beseitig 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 kathol ok zurück zum gefecht habe alles verpasst was passiert ist ich habe schon knapp 500 schaden 155 gemacht glorretcherung ein also noch mehr Und ein Hetzer. Kann mich one-shotten. Na ja, was soll's? Vielleicht muss der Freunde mit dem. Gar nicht, wie ich es sehe. Ich prall am Hetzer ab. Das ist ja interessant. Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, außerdem nicht stirbt. Nein, eher nicht. Ist das geschossen? Ah, hallo Hetzer. Ey! Sieht gut aus. Au! A-Team. A-Team, seid geradeaus. Oh-oh. Auf A9. A-Team. 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 Läuft. Ha-Team. Ja. Das ist ja gut bis jetzt. Ja. Au! ein lati doch kann man ja ich habe mich getroffen fast 1000 schaden gerade was denn da los ich habe auch 900 schaden mit diesem kleinen Ding hier gemacht ja ist doch nicht verkehrt läuft läuft sagt er ja wenn es läuft dann läuft es ein bisschen trinken hat er Lust ja soviel schon geschwitzt das muss wieder das rein kommen das Wasser ok das ist mal eine gute Runde ich habe jetzt 900 nein genau nochmal 9000 erfahrungsbote diesen kompletten gefecht gemacht aber hey wir sind die beiden besten auch nicht schlecht computer jawohl er macht was ja gut habt ihr seien ich muss kurz noch meine crew hier ausbilden also die zufällig sind bei einem weiteren skill gekriegt das ist doch schön der ist fertig in schwarzmarkt gibt es ja gar nicht mehr ne der schwarzmarkt ist vorbei wenn wir gar nicht mitbekommen der hat schon Waffenbrüder äh was ist das was habe ich hier äh das ist der Vora das ist der Vora das ist der Vora das ist der Vora ansatzte rein mit dir ansatzte stabi und ähm lüftung typisches heavy setup stabi ist alles voll günstig ne 300k lol und lüftung sagst du ok lüftung 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 wo haben wir es da lüftung klasse 3 sogar hui 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 ja und rein und nicht auch etwas ja hier mit wirst du garantiert Achter fahren ja noch nicht ein bisschen aufheben ok gut ich kenne mich so ich fasse mit tradition ich kenne mich heute richtig oh komm für mich zur Katze komm ja ja kommst du mit dem Bild gut gut hab ich ähm hab ich was Stufe 6 hab ich gar nicht komm fangen wir mal hier fangen wir mal ich sehe gerade meine Tasten ich habe meine Katze ja gerade vor mir achso so komme ich hier ein bisschen mit auf ein Bild so so es ist ein paar siebener will erfahren siebener ok siebener warte bevor ich mache ich noch Dings was denn nein was machen wir denn mal ich habe doch mal ich habe gerade meine Panzerkatze dabei ich weiß ich weiß dass Katze auf YouTube zu große Stars sind mal gucken ob sie groß rauskommt mit der Krümelchen hier so siebener also siebener mal müsste ein bisschen Primo fahren bringt ein bisschen Kohle gut ich bin bereit so guck mal guck mal du mich hier nicht die Katze die Tasten oh die Tasten die Katze nicht ne vor lauter Katzen ich sehe vor lauter Katze die Tasten nicht was hat denn los nur Top Tier läuft der richtig das war mal nicht schlimmer wird das dicke Ende kommt noch momentan fahren wir ja mit hier ich habe schon einen Zuschauer den ich kenne ich auch der wäre er wird angezeigt ich bin es aber nicht so ja ich fahre mal nicht in die Stadt ich fahre in die Stadt ich fahre in die Stadt auch das das ist für Acht King Tiger mhm der Premium Panzer boah das ist eine Drehkiste aber Leit fahren wollte ich jetzt nicht naja ich fahre vielleicht nach einmal Runde EBR ja ich muss mal drauf achten dass wir ein Gegner Team so haben ach nichts gefährliches glaube ich Gott Entschuldigung der Gegner hat die bessere Seite das ist doof äh äh banter schön ja alles klar weg rum gebounced ahja ich werd schon geschossen haha E25 oh boah boah welcher nächste Junior ja richtig kalt ok Acht merke ich mir Autsch Doppel Acht merke ich mir jetzt recht halt ab noch besser ich kann hier grad nix machen mhm boah die stehen ja alle hier hinten bei mir bisschen voll hier in der Mitte irgendwas ja in der Mitte ist doof ist auch was könnte gleich sterben leider boah ich hab lieber tausend Schaden in meiner Mama jetzt fällt der hier geile weg der Sau sagt ja alles klar oh das wär in der Fahrt boah ich kann hier nix machen hätt ich auch nicht so gut halt abwarten oh 40 tp von der Seite oh Freunde passt warum passt sie hier denn nicht mal auf Freunde jetzt bin ich tot die lassen in der Mitte einen durchfahren man sind das Idioten 40 tp hier leider ok ich bin tot doch wo gibt's noch oh oh Gott ich lebe noch jadise oh eigentlich war ab oh gott ja auch klar Ja, der Ati-Magnet. Ja, ich habe vorher noch gesagt, schalte den Ati-Magnet aus. Aber nein, du konntest mich nicht hören. Ja, ich muss es mal wieder machen. Na komm, jetzt will ich ihn farmen an Defender. Ja, gute Dinge sind drei. Also komm her, der OP-Panzer. Jetzt will ich aber einen Stufe 8 gefecht haben, bitte. Stufe 10. Oh, dein Doppelrohr. Ich meine, ein Doppelläufiger, ja. Wett ein 10er-Gefecht? Ja. Ich sag's, ich hab's gecallt, ich hab's gecallt. Ja. War so klar. Hätt's man lieber der Klappe gehalten. Ja, hätt ich wahrscheinlich wirklich niemanden sein. Egal, ist ja eigentlich neuner Panzer. Hätt ein bisschen Glück, ein 10er, dann geht das auch schon. Ja, guck mal, wie's läuft. Jetzt hätt ich ja mal ne Suh. Oder mal Kanonenjagdpanzer. Ja, oder mein Skorpion, oder mein EBR. Ja. Also, dieser Karte hätte ich jetzt eigentlich lieber den Kanonenjagdpanzer. Zielgenau, dann gleich verpissen. Ja, ich würde einfach durchfahren. Ein guter Schmärsch ist auch online, sehe ich gerade. Im Zwitsch. So, gucken wir mal. Heute geht's los. Jetzt will ich die Panzer noch sehen, der mir verbrochen wurde. Oh. Der Jagdpanzer wollte kuscheln. Ach ja. So, der Linz ist schon mal oben auf dem Berg. Das gefällt mir wieder nicht. So, unser Leit ist draufgegangen. War klar. Voll. Da soll's. Weil die Karte ist ja ganz hübsch gemacht, aber ich finde, es sind ja zu viele Schiffswracks. Das ist so verdächtig hier. Ja. Ja. Ich will gleich hin. Auch eine E100 krieg ich nicht gleich hin oder so. Ah. Zu spät. Sorry. Ah. Ist das schon sonst? Dann kann ich mal beervorfahren? Das wäre mal ganz hin. Ne. Wenn man beervorfährt, bist du sofort im Kreuzfeuer. wenn du Pech hast. Hm? Ich erinnere noch meine Vorfahren nicht. Vor allem hier oben auf dem Berg ist der EBR noch. Dann knallt es auch von hinten ins Heck. Ach. Ich hab mal Hallo gesagt. Ja. Der hier einfach nur. Der hier einfach so quer durchfährt. Ja. Nützt mich also gerade als Schottschild. Find ich sehr nett. Ja. Man tut was man kann, ne? Ja. Ah. Das ist der Lynx. Okay. Ich schieße schon mal. Komm mit daneben. 3, 10. Kommt ihr wieder vor? Oh. Ich bin gefrochen. 1 zu 4. Läuft doch. Ne. Irgendwie nicht. Der Lynx musste erstmal raus da oben. Der muss da oben raus. Der nervt. Ja. Weil der macht uns immer wieder auf. Ich will noch nichts anderes gerade machen. Komm mit daneben wieder. Jetzt werden sie drücken. Ja. Fahrt mal vor. Ja. Alles auf der Karte. Ja. Alles auf der Karte. Alles auf der Karte. Alles auf der Karte. Ja. Jetzt ist der Panzer. Hallo. Auf mich. Okay. Ey. Zündet mich an. Was kann man fallen? Er ist ja dabei. Mein Scheiße. Ich hab gefahrlich. Na gut. Ist aber dumm gelaufen. Ach. Wer braucht HP? HP ist überbewertet, wa? Ja. Oh. Da kann er mich treffen. Das scheiß. Oh. Mann. Kann er mich treffen. In der Panzer halt. Ich fand die ersten Runden irgendwie besser. Ich bin auch raus. Mensch. Das läuft ja so richtig. Ich bin auch raus. Ja. Doof angestellt. 1 zu 7. Aber Panzerung wollte mir versprochen. Und die habe ich auch bekommen. Ja. Wäre der T95 auch völlig gewesen wäre es besser gelaufen. Ja. Bei mir war es eher ein 100. Ach komm. Warte. Schön läuft. Waren wir einfach mal eine Runde EBR. Einziger Zehner. Ein lustiger Zehner. So. Ich synchronisiere erstmal meine Zeit hier. So. Jetzt passt das hier wieder. Er sieht doch gut aus. Jetzt. Ich nehme etwas. Es ist das. Ach. Das ist 10er. Ja. Ich habe auch ein 10er. Ja. Ja. Ich zeige die ganz unfairen Sachen aus. Was fahre ich jetzt mal. Das wollen wir mal machen. als 10 einmal fahren budget da überholt ich dich aber machen oder zenturion doppelt franzosen doppelt belegt das baguette genau das passt schon jetzt himmelsdorf da war schon mal gewesen zwei andere erst weil ich mitte fahren ja eigentlich schon der mitte hoch zum kloster klosterhof ich fand die zweier linie ich glaube ich auch nicht so viel nur noch die schöne wahlers lackierung drauf nicht klasse ich werde mich einfach da bei e4 da irgendwie dann hinstellen versuchen alle abzusnipen die da hochfahren ewigkeiten kann 10a mehr gefahren weiß gar nicht ob er das noch kann okay vergiss was ich war einfach gleich hoch das wird mein tolles urteil da wie fährst du denn der unfall 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 wir hatten unfall ich wurde abgedrängt entschuldigt sich aber bin ich gut kommt selten falls jemand entschuldigt ich stelle mich jetzt mal kurz hier hin auf sniper position ich habe jetzt noch kein ziel vor augen doch schon so viel bei mir ist es halt so ich kann halt hier in der mitte wenig machen das ist problem ok ich habe eine art die zwei stück abzuschreißer bin ich doof ich habe erstmal den 50 gezweckt ja stimmt ja auch noch mein ich bin inzwischen also halt nicht mehr gefahren ich habe nicht die stärke des fans das hier ok komm eh nicht durch ich war ein paar erstmal Ihr lasst mich, oh, warum rückt die anderen nicht weiter vorne? Also, ich bin ja. Ah ja. Oh, stopp. Brems. Ach so. Ich darf mich etwas kaputt gemacht. Ich habe bis jetzt noch nicht einen Schuss abgekauft und zwei Schuss, aber ich habe mir gar nichts gekauft. Oh, das ist nicht v. Gibt es einen Unwur-Banzer? Ich muss nachladen gerade. Ich kann gerade nichts machen. Bei EWR ist unruhig. Basis-Verteidigung, was ist denn da los? Warte, ich komme zurück. Das läuft ja wieder heute. Kein Schaden gemacht bisher. 30 Spot-Schaden, doch so viel. Was mache ich hier gerade? Ich fahre im Kreis mit einem anderen EWR. Das nennt man Kreisverkehr. Komm, mich nicht drehen. Mein Turm hat sich aber nicht gedreht. Komm, mein Turm nicht drehen. Ach, ja. Und kaum habe ich Zuschauer, komm, verkack ich. Ja, es sind zwei Wunder, weil ich auch wieder gut bin. Aber jetzt? Autsch. Das war ein Jagdpanzer. Scheiße. Ah, Matchbang ist auch wieder von unserer Seite. Und unser Team auch. Autsch. Ich bin am Nachladen. Ich kann nichts machen. Ich bin eh tot. Ich bin tot. Das hat unser Bestes gegeben. Naja, 800 Schaden ging nur. 100 Schaden. Ich hätte was anderes nehmen sollen. Ich, oha. Oh, jetzt schlafen die Arschbacken ein hier. Alles nur so Vorschau. Kann doch besser werden. Eben. Ist alles nur Tarnung. Wir sind eigentlich Profis. Ja, sonst wären wir gebannt. Genau, so ist das. Voll... Voll Profi. Wie war die Defender-Runde? Invertierter voll... Voll Profi. Ja, richtig. Ja, das Team hat auf jeden Fall gut mitgemacht, muss ich sagen, bei der Defender-Runde. Ja, gucken wir mal. So, jetzt bitte ich bitte in Defender-Achter-Matchmaking gegen die Sechser-Begaben. Kann ich nicht mehr aber nur B drücken und schießen. Oh ja. Ich habe ein bisschen wenig Schaden gemacht. Ja, besser als manch anderer. Ja, die zwei Doppelschüsse gingen ins Leere. Ich glaube, mit dem IS-3... Oh ja, naja. Schrecklich ist auch nicht die Beste. Schau mal. Ja, bitte gegen Sechser. Geht der? Fließ. Mach der Schmärsch hier. Ja, der Schmärsch. Hustet mich. Danke, Schmärsch. Danke, danke. Hoffentlich einen guten Schmärsch geht's gut. Ach, das ist ja bei dir. Ja, der hat mich gehostet. Da hutet gerade mein Kanal. Auf seinen Schwitsch. Boah, kann er bei mir auch noch machen. Nee, kann nur einen immer husten. Reines Achtermatch. Ah, das soll doch klappen. Ich brauche ihn in Defender. Hast du einen Feuerlöcher drin? Nee, ich habe eine Ration. Ich brauche keinen Feuerlöcher. Es sind Noobs. Okay. Ich werde halt nie angezündet. Deswegen, warum brauche ich es dann? Ich werde nie angezündet. Also, ähm... Das war. Wie war das denn da gerade? Was war denn da denn los? Brandte da nicht jemand? Ja, das war ja nie. Garzen wird es auch nie geben. Ah ja. So, und Kette. Was macht der Rest der Rasselbande? Okay. VK kommt noch mit. Scorpion kommt mit. Und IS-3. IS-3 auch. Und... 112er. Also. Unterwandte verstecken und dann einfach nur links legen. Defender ist halt irgendwie schon geil, ne? Die Tarnung auch. Man sollte nicht Panzer fahren, auf die Mini-Mob nicht achten und auf dem Handy rumspielen. Ganz schlecht. So, wollen wir mal gucken. Handy weg vom Steuer. Ich bin der Kommandant, ich darf das. Ich fahre ja nicht. Fährst du links, fahre ich rechts, äh... Das ist das andere, meine ich. Das andere links und rechts. Jetzt seid's greifen und alle wird an mir abbreitet. Das habe ich jetzt vor. Hier ist ein Links ja vorne. Tschüss. Alter, wie der Flog. Oh, da die Weisweh. Die da gerade wegflog. Die so eine Rakete. Ah, ja. Naja. Wer halt fliegen will, ne? Ich bin da gegen Defender. Ich bin da nicht. Ich kann ja gerade nicht viel machen, weil ich keinen Rückhalt habe. Das heißt, wir gehen die Sidescruhe. Das wird nie wahr. Das wird nie was. Ah, ja. Ich brauche mich nicht vorzupieken, weil hier Spiele sind. Nein. Ich kann ja nicht viel machen. Mit Pech habe, komme ich hier ins Kreuzfeuer. Nein, da gibt's manchmal auch. Ich kann aber nicht so weit piken, weil da hinten halt welche sind. Oh, da ist ein Light von oben, von hinten, von der anderen Seite. Was finde ich denn das denn? Eine bohnenlose Frechheit. Autsch. Okay. Ich habe ihn verdient. ist gerade kein großes durchkommen abgeprallt doppelschuss gibt es ja wohl nicht bei mir läuft ja auch gar nichts ja ich wollte immer wegzufahren das ist egal jawohl erledigt ist doch mal kurz erst mal das tüchen zu machen das läuft ja hallo hallo er hat noch einen zweiten schuss auf reihe denkt dran ich korrigiere er hatte also ich habe 3000 schaden geblockt ich will es nur anmerken das mittel geschossen wird sich rüberfallen die arti ist diese scheiß arti warum immer ich ja warum nicht nur ein scheiß spiel mal raus patchen ich will keine arti mehr haben gucken ist nach dem neuen nach dem neuen balancing kommt zum ende des jahres ich war gespannt man ich hasse aktiv machen ich hätte es doch so schön viel schaden machen können mann scheiß arti ja es läuft halt nicht ich hab 3,3 k damage geblockt mann mann nach egal man kann ich alles haben belohnung für irgendwas bekommen laufpause für 277 ach das nehme ich gerne an 27 habe ich schon schöner panzer das ist auch ein schöner panzer ach da ich muss ja auch mal ein bisschen weiter kommen fahr ich den den mini das star wars modell fahr mal pantherchen obwohl der ist eher vom gefühl her fast wie ein heavy ist aus lah la 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 das geht ja noch machen wir schritt weiter mit baffnung noch fünf gegnerfahrtauge beseitigen und 8 mal betäuben betäuben ja arti wieder fahren die nase ja viel spaß es ist das langweilige interessant schalala lalala macht man ein bisschen was ich auf noch klar schauen wir mal da schieße erst recht nicht drauf das bringt nichts da war zu treffe pantera ist mutig jetzt noch mal eine schöne runde haben jetzt warum nicht auch letztlich im tiefen finden wow wir sind am stein wow Wauw Ah komm vor, komm vor Heavy budget spot Ich bin ja lustig. Merkwanzer. Ich bin ja lustig. Ich bin ja lustig. Ah ja. Ich bin ja lustig. Ich bin ja lustig. Ich bin ja lustig. Aber. Ach ja. Boah, was willst du hier? Geh aber anders kuscheln. 3 zu 1. Ich weiß, was die Heavis hier oben wollen. Ich kann ja nichts machen durch die Heavis hier, statt dass die unten sind. Oh, Pantera. Mach wat. Warum war ich eigentlich TV? Abwarten wie du in der Luft ist klar. Jetzt pushen sie hier. Mann ey. Warum? Weil die Heavis nicht so... Oh. Komm mal zu euch. Das ist gar nichts mehr zu tun. Die beiden Heavis stellen sie oben so blöde an. Ich weiß gar nicht, was die hier oben wollen. Ich weiß gar nicht, was die hier oben wollen. Wir haben sie nicht mal angekrasst. Oh, Pantera. Oh man ey. Dieser Pantera geht mir auf den Sack. Steht er hinter einem. so ein idiot dreht hinter einem kreuz quer steht hinter einem vorsicht torte kommt auch mal nach wie schädigten die nach relativ schnell die torte weiter noch mal gucken auch meiner anfang lief so gut und jetzt war achter ja ja ich glaube ich hab auch die fänder irgendwie guck mal noch mal weil ich will gegen mal hier fahren das gucken wir noch mal engländer ist die torte wir waren das heißt der at 15 oder wer war das warum nicht ja wir gucken gleich mal ich lasse ich immer offen ich will ja mal reinschauen so ein paar mal gewinnen manchmal die ganzen punkte hier mit kriegt es gibt es aber gar nicht auch schon wegen den defender aber die map kann ich es will sind gar nicht wenn es was anstellen wird ja auch haben muss ja noch nicht mit ruhm gekleckert ja jetzt wieder als schutzschild nehmen gleich nötig meine weiche wann die hält alles aus die ist vier waren was ich hier habe habe presspappe etwas dicker aber hey wir haben beide russen kann sagen ja wo ist der wort gar genossen kommandant wir müssen fahre mit kam mit panzer in die stadt ich habe da was gefunden ich habe seinen carnavon gefunden der am x kommt durch ich nicht ich finde irgendwie unfair das ist ja der premium panzer stimmt ja hallo ich bin italien ja ja mach mal also oh ich glaube ich schloss die pralle ab okay auch einzuschuss hier wird langsam voll ich werde von hinten geschossen ok ich bin raus ich bin raus hinter uns ist ein erzielen und da hinten sind so viele leute kein schwein kümmert sich drum ich meine ich habe eine cupola aber die extrem klein dann trifft sie einfach zweimal uneingehämmt da frage ich mich wie geht sowas ich habe sowas nicht kann man mal her kann ich wieder vorfahren vielleicht ja okay kann ich rausgehen läuft ja wird immer schlechter am anfang hier vier merkschein oder sind hier acht belastend ja ja egal der panzer mit dem es immer klappt ist mein liebens panzer der hier er geht immer ich habe gerade zwei zuschauer und du bei mir zeigt er gar nichts an mit zuschauen derzeit also ja ist wahrscheinlich wieder ein bug aber ist egal stört mich nicht ich kriege eh dahinter wie eine auswertung ich brauche mal was mit bumms hier ich brauche keine sohre ich brauche hier eine sohre so kann sie nicht gewinnen so you're my kiddie hier ist auch meine baumreihe russia Ja, hörbar. Oh, Gott und Kennerin. Das Heidon-Monster. Karneuron ist böse. Ja. Aber hey. Was machen die ganzen Heavys da hinten? Ist das ein neue Meta derzeit? Oder ist er da hinten rumkurven? Ich bin aufgegangen. Gefällt mir nicht. Sag ich doch. Autsch. 3 zu 1. 1 zu 1. Vor dem Weg. Mann, diese scheißartigen Gehirn. Die sind atemdach mit. Ich hab mich kaputt gemacht. Ich bin bestimmt gleich tot. Nur noch 50 dp auf meiner Seite. Hier kommt ein ganzer Arsch voll entgegen. Es läuft nicht so wie ich mir vorgestellt habe. Ich hab mich kaputt gemacht. Er will schon 1.700 schaden. Ich hab 800. Oh Gott, kommt ein KV-3. Oh, der Zoo kommt auch noch hier runter. Boah Leute, die hat mich einfach gesprengt. Ja, ich bin auch raus. Weit zu übermütig. Naja, 2.300 schaden. Das wäre mal dann mehr. Mein Turm fehlt einfach. Ich hab, glaube ich, schlecht meinen Kragen gehabt. Schlechtes Blatt. Oh, können wir rausgehen. Oh, da können wir rausgehen. Was? Sprich mal Deutsch. Was? Wir haben Dings. Wir haben Dings. Ja, gewonnen. Nice. Was haben wir gewonnen? Äh, Dingsgefecht. Also an uns hat es nicht gelegen. Wir sind nur in den Top 3. So. Ein Gefecht gerade. Welches haben wir gewonnen? Das Gefecht davor? Ja. Okay, dann muss ich gleich nochmal rein. Oh, das stimmt. An uns hat es nicht gelegen. Das stimmt. Ja, ganz schlecht. Ganz schlecht. Ah. Wir probieren es nochmal. Und da hat man ja geile Runden mit dem Teil. Das stimmt. Mal schauen. Ja. Neun. Egal. Fällt es besser draus. Ja, fahr mal nach links zum Schaufelbagger, oder? Wohin? Nach links zum Schaufelbagger. Hey, Hügel. Mit dem Heavy. Ja. Ne. Dafür sind wir zu langsam. Wenn die anderen mit dem Light hochbrechen, und mit dem schnellen Medium, dann stehen wir auf der Abschlussliste. Aber da kriege ich jetzt ehrlich gesagt. Eigentlich, die beiden mit der Abkörperung auf dem Ig lenten sind. Wenn die anderen mit dem Ig leeren, dann geht das nicht weiter. Und das ist dann diese Richtung. Ja, super. Und das ist dein Nr. Das ist hier. Ich weiß nicht. Du bist der Distan. Du bist der Distan. Ich weiß nicht. Wir fahren so viele lang. Gibt es ja was umsonst? Es gibt ja auch nur Zöhnlichkeiten, um zu fahren, wenn der Hügel immer hier hin. Hügel mit dem Heavy ist doof. Vor allem mit dem Russen Heavy, lass dir keine Gantepleuschen, kannst du knicken. Ah, ist auch gedacht. Ja. Mein Auge juckt. Sauerei. Gibt es hier? Klassenkeile, Klassentreffen? Ja. Leck nur den... Leck mich auf. Doch mein E75. Ah, nicht. Ja, hinter uns. Da ist ein Bücher, die... Was? Hinter uns? 440a sind so viele, sollten sie hinkriegen. Ich fahr mal zurück, die Havis brechen da durch. Das finde ich egal, als Heavy echt nicht gut zu spielen. Bleib ich doch hier vorne, sonst die waren beinahe ganz alleine hier. Ja. Ja, viel gut, ich fahr dann zurück. Ja, viel gut, ich fahr dann zurück. Diese Kanone, die trollt doch. Ja, ich komme nicht durch. Ich komme doch nicht durch. Äh, ging verloren. Okay. Läuft gut für uns. 7 zu 3. Was machen wir mehr? Ja. Ich habe noch keinen Schaden gemacht. Super. 458. Auch nicht das allerbeste. Ich habe noch nichts gemacht hier. Kanone trollt mich. War jetzt hier bis. Vorbei ist mir noch ein bisschen zu... Zum Glück. Aber auch langsam. Tempo. Zum Glück ist keine Art hier im Spiel. Tja. 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 Ich hoffe, dass da vorne kein Jagdpanzer irgendwo rumsteht. Ja, besser glaube ich, merkt man jetzt, wenn man die 700er schon wegkriegt. Der war ja ein bisschen was. Ah ja, ich mag nicht noch einen Hit mit. Der war ja ein bisschen wegkriegt. Die Runde ist schon deutlich besser. Au. Ganz, ganz schlecht. Die Runde wird scheiße. 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 Naja, 600 Schaden. Ich mache was. Ich schieße drunter. Ich kann auch nicht. Ich treu nicht. Ich kann auch nicht mehr. Ey, diese Klonik kommt nicht richtig. Das war's. Ach man, diese Klonik hat mich so getrollt. Ich kann nicht mehr viel machen. Ich habe kaum noch HP. Gar nicht. Ich habe 2.000 damage. Guten Abend, oldes Delta Force. Grüß dich. Na. Gott. Holler wie Waldfee. Schwein gehabt. Ja. Meine Fresse, ey. Ja. Hätte mehr drin sein müssen. Okay. War ganz gut. War eigentlich ganz gut. Die Fender halten. Einfach weh drücken. Und abschließen. Das war's. Jo. Ja. Man sei alles fit. Alles fit im Schritt, wie man so schön sagt. Und bei dir? So. Ja. Wir haben noch nicht gefahren. Warte weh. Warte weh. Äh. Äh. Star Wars Mobil. Aber das kann man schlecht im Stream fahren. Hm. Was für ein Mobil? Star Wars Mobil. Kenn ich nicht. Ein kleiner ERC. Wo ich sogar einen Ace Tank halt drauf hab. Das ist eine Wunde. Okay. Einfach gemeistert. Einfach so lustig. Ich bin einfach geacet. Dieses kleine Ding. War schon noch so unglaublich Spaß da hinzufahren. Ach komm. Den hab ich nicht gefahren. Progetto. Andere OP-Panzer Stufe 8. Pfff. Progetto. Sowas für ähnliches hab ich auch. Ja. Du hast ähnliches oder immer das gleiche? Ja. Was gleiches. Achso. Nachmacher. Genau. So nicht. Hey. Kein Defender. Carnavon-Löwe. Und letztlich nehmen wir immer hier mal mit. Allerdings bei uns im Clan TS. So. Wollen wir mal gucken. Wollen wir die An-Vinion pushen oder warum bei den Heavis Richtung Mitte fahren? Zum Cap Richtung Mitte. Ich fahr... Ich fahr... Ich fahr hier lang. Ich fahr nicht lang. Ich fahr hier lang. Ich fahr nicht lang. Ich fahr hier lang. Soll ich noch was noch zu trinken? Ich fahr gar nichts mehr hier oben. Ja. Alles leer gesoffen. Klingt vorig auch so komisch. So. Dann gucken wir mal. Ach wenn doch... Ach hier. Wir haben doch einen Defender. Hör ich bin Ben. Aber ein bisschen bestimmt äh beim Gegner keinen Defender. Ja. Da haben wir nur Löwen und einen Canavan. Und noch ein paar noch. Am nächsten. Hm. 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 weiss nicht oder nicht nur schaden gemacht haben ich habe ein lustiges taschenbuch vor mir oben auf f7 wo ist unser team freunde wir haben eine neutrale basis zu erobern was macht er da ganz dahinten kann jetzt nicht mal viel machen hier geschießt was auf mich toll toll super das ist ein lustiges taschenbuch dann sage ich doch es läuft nicht 4 4 zu 0 ich kann mal drei minuten halten ich kann aber tu nix machen hinten ist der hügel gefallen es geht nix auf das ist ein indienpanzer dahinter Ey, hier geht nichts auf. Hier ist Partou nix. 3 zu 8. Da vorne kommt eine Lorraine. Ey, super. Ich kann hier Partou nix machen. Okay, Angriff für die beste Verteidigung. Na, logisch. Ich bin tot. Oh, ist abgeprallt. Oh mein Gott. Hahaha. Ja. Jetzt sind wir gejodelt. Keine Chance. Ja. Jawohl. Starde. Da war 1.6 bis jetzt. Aber nein, man will ihn wieder nicht. Na ja, was soll's. So, Otis Delta Force. Was hast du für Panzer? Welche Stufen? Nachgucken. Er hat alles. Okay. Ingeennahme ist genauso gleich, ja. Kann gar nichts machen. Oh, ich hab die Eieruhr. Na, super. Da war ich mal ein zweitbester. Also gar nicht übel. Okay, ich kopier mal, ja. Schalala. Ich ziehe jetzt einmal rein. Der ist bei mir im Chat mit drin. Der möchte ja gerne mitfahren. Er hat alles am Panzer, was es gibt. Jesse Jay, du gibst dann vor, was wir fahren wollen, weil du hast da nicht alles, ne? Ja. Ich hoffe, dass Otis jetzt die Einladung bekommen hat. Hm, warte. Hm, 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 hm. Also, das ist Clan-Test. Ich weiß nicht, ob du da drauf kommst. Das weiß ich jetzt nicht. Discord habe ich nicht, müsste ich wieder aktivieren. Ich muss mal gucken, ob wir so das Ganze hinkriegen. So, Jesse Jay, ich schmeiß rein. Ich hab auch noch ein Medium. Ich glaube, auf dem neuen Rechner habe ich ja noch gar keinen Discord installiert, glaube ich. Ähm, was willst du fahren? Ach da. Äh, Progetto war nicht so gut. Ich glaube, ich nehme hier mal eine kleine, ach so halt. Hier hat gar keine Besatzung. So geht das. Ja, das ist unser Clan-TS. Da hast du wahrscheinlich keine, äh, Berechtigung für. Die kann ich dir leider nicht geben, weil ich nicht der Admin bin. So, ich schupe es uns trotzdem mal rein. Wir probieren das einfach mal. Ja. Ja. Da muss ich nicht jeder machen. Oh, ich schupe es nicht. Na, ich schupe es nicht. Ich schupe es nicht, ich schupe es nicht. Und da ein bisschen gucken, was passiert. Na, der Franzose muss ich die Artifahne fahren. Oh Mann ey, ey, wie oft da abzuschließen. Ist das ätzend. Ich sehe nicht alles, was die Seite rüberfährt. Einmal wenn du mit gezinkten Karten spielst, wäre das nix. Ja, vielleicht habe ich eine Straße oder so. Du bist ja auf dem Feldweg. Hier gibt es keine Straße. Ja, eine Metapher. Wasch ja. Ja, ich glaube. Na, die, dann willst du auch mit mir. Ah, ich glaube, was ist das? Ah, nein. Ah, nein. Genau jetzt wieder runter. ich lade mal ein komplettes magazin nach wenn er kommt dann laufen ja das war ein verrückter schuss hier ist um drei minuten später wird das abgefahren ich lade ein neues magazin durch kann man eine kleine hübsche französin wieder ich liebe sie weißt du sie macht so einen spaß ich freue mich über frontlinie da oben ich lade noch nach das gibt es aber gar nicht bleibt da stehen und ich habe gutes das kann doch nicht abhauen das geht ja gar nicht mensch schalalalalalala irgendwann hat mich gerade aufgemacht ich weiß aber nicht was aber hier ist nichts ich weiß nicht was aber hier ist was ich weiß nicht weiter vor die so guckt in meine richtung das gefällt mir nicht das war frech der war frech dieser schuss entschuldigung ich räume ihn direkt später weg so ich denke mal das läuft so ein sausack von udis ok das ist raus sauber super aber sogar dritter klasse wie konnte das so passieren verstehe ich gar nicht wir haben die defender am angebot wie konnte das passieren na ja hat ja auch gelungen so das ist jetzt ja ich schmeiß das rein auf die fänder da wieder die beiden rüsen kraft oh schön 10er das stören die zwei gegner fahrzeuge ganz die ram mission kurz auf der app schreiben Okay, dann schwimmen wir die dicke Bertha mal in Schwung hier. Wir haben viel zu viele große Kanonen hier unterwegs. Ja, diesmal könnt ihr gerne vor mir fahren. Der wandelnde Wurmlock hier, die Maus. Guck, da ist ein Defender. Oh Gott. Habt ihr das beide eigentlich davon oder müsst ihr pinkeln, dass er so rast? Wir müssen nur so lange bleiben. Oh scheiße, habt ihr einen anderen angezogen gehabt. Mist. Wie könnte das noch passieren? Hör einen, Mist. Jagt ihr einen Hund, als steht da hinten. Ja, scheiß los. Wie, der jagt ihr oder was? Ja. Ach du Scheiße. Okay. Richtig, im Turm. Was? Frontal. Ja. War das denn? Achso. Okay, komm her, Dickerchen. Fahr mal vor hier. Baum, genau. Oh, die hat aber gerade gefressen. Stehen da sowas von gut? Ja, abgefressen. Ja, abgefressen. Ein Metall? Wer ist denn alles da hinten überhaupt? Ist ja gar nichts. Objektiv 05 kommen wir nicht durch. Mann. Hat ja lange dauert. Solche reichen gefressen schon wieder? Kann das sein? Ja, wie ein so kackjagd, eh. Ja, lass sie einfach hier rumkommen. Lass die rumpieken. Ja. Ich glaube, das ist einfacher. Lass die rumpieken. Ja, das ist ja auch nicht oder 50 dg. Hallo. Werd ich noch irgendwo da hier. Jetzt stehen noch ein paar Jagdpanzer. Ich will wenigstens 2 zu 0 für uns, oder mehr. Lass die rumpieken. Äh, komm her. Wer eh 100 hat gerade gefressen. Äh, noch das. Haufen. Eher 100 kannst du vergessen. Komm mal nicht drauf. Lammig, lammig, lammig. Noch lammig. Na. Klar nicht, eher 100. Ach, das Optik steht dahinter auch noch. Scheiße. Ja, eben. Ach. Autsch. Der jagt eh voll einen geballert. Sau sag. Ich wollte eh mal einen ballern. Ja, also wir sind One-Shot, wir beide, äh, halt einfach mal aufs Premium, falls ihr ein hundertmal so denkt, doch, ich fahre rüber. Das heißt, One-Shot hat immer 364 Strukturpunkte, da kann er über 300 Mal auf mich drauf, da kann er über 300 Mal drauf zuschießen, hier. Ich schieße schon wieder 3-3. Ich weiß gar nicht, was unser, äh, IS-3 da hinten macht. Gleich nicht zuvor, weil wir auch nicht zurückfahren, oder? Nur zurückfahren? Nö, da sind wir schon zwei Suho, der WZ ist da hinten noch. Ja, wir schaffen es, glaube ich, ja, wir schaffen es, ist gut. Ich kann ja nichts machen. Dann kriege ich vor allem eins gebrettert. Huch! Die Runde war nicht so geil bis jetzt. Ja, noch lebe ich, aber ich kann ja nichts machen. Noch lebe ich, ja. Entweder kriege ich vom Objekt 1 oder vom Jagd eh da ganz, ganz hinten. Oh Gott. Wenn, da ist eben. Noch ein Full-HP, IS-3A noch da oben rum. Na, super. Die Jagd eh verlagert sich. Scheiße, sind zwei eh Jagd 100. Ach du Scheiße. Mir ist schlecht. Mir ist sowas von schlecht. Warum sind jetzt da oben zwei Jagd eh 100? Ich habe keine Art hier aus. Ja, das ist doch schön. Ja und? Ich habe ja zwei Jagd eh 100 irgendwo vor mir. Kannst du die da? Na ja, die sind schon ein bisschen weiter vorne mittlerweile schon. Die müssten auf J8 schon sein vielleicht. J8? Ich kann ja nichts machen mit dem One-Shot. Das ist... Ja. Ah, F-X-1 schon wieder. Ich habe mich schießen. Oh, das ist wieder so ein Stellungskrieg hier. F-X-1 vielleicht da mal eigentlich mal weggekommen. Was ist das? Ja. Ich passe ja nur auf, dass hier keiner durchrutscht, so nach dem Motto. Mehr kann ich hier nicht machen. Weil wenn ich vorfahre, kriege ich garantiert eins geballert. Da war er. 11 zu 7, okay. Leilmetall steht auch noch dahinten, ne? Oh, wen habt ihr denn da? Ach, da sind beide. Du hast ja gute Freunde gefunden. Mir schlecht. Mama, ich habe Heimweh. Wech, Kusch, Körbchen. Oh, oh, er jagt eh. Er jagt eh. Ah. Oh, oh. Er endet jetzt doch nicht. Da ist es nicht, oder? Oh. Ja, war klar. Was soll ich machen? Oh, 1000. Das ist unfair. Du lebst noch? Ja. Hallo, jagt eh. Ah. Boah. Steck fest. Haha, ich steck fest. Noch nicht. Jagd eh dreht. Ah. Tschüss. Hahaha. Schweingart. Wie wird im Feuer? Heimweh. Direkt voraus. In der Senke. Ich glaube, ich kriege den nicht mehr, weil ich zu langsam bin, glaube ich. Äh, ja. Obwohl, so schnell seid ihr alle nicht. Ich weiß, wo der Schmerde ist. Ja, der ist schneller. Das ist irgendwie kein Sinn, macht mir irgendwie ein Gefühl, dreimal die Brust. Deutscher Stahl. Deutsche Motoren. Kann doch gut sein. Ja, der ist schon ab da. Ey, er drückt mich weg. Ehren aus Ehren. Ehren aus Ehren. Ey, drückt mich weg. Wie Ehren aus Stellen. Was macht der denn da? Ach, wegen Mission. Ja, dann lass ihn doch. Wegen Mission. Lass ihn doch. Äh, Z-P-S-E-N-E. Ja, wie die Mission ist, war so eine Sache, das dauert immer so eine Ewigkeit. Ja. Ich habe nicht geschossen. Ich hätte auch nicht geschossen. Wollte ihn nur abdenken. Also ich war vom Schaden echt nicht gut. Wie lange wollen wir machen bis 11? Ach, komm. Weil mein Schatz, ich möchte dann telefonieren. Ach, dann geht's. Ein Schuss abgegeben, oder zwei Schuss. So, jetzt habe ich. Gott, null Punkte. Das war ja wieder was mit X. Das war ja nichts. Fangen wir nochmal eine Runde, E-W-A. Zehner. T10E105. Ja, der war früher mal gut. Was fahre ich denn? Fahre ich petten? Ich fahre petten. Oder? Ja, ich fahre petten. Warte nochmal, warte nochmal, warte nochmal. Was? Nicht auf Dings. Ganz bereit. Ich habe nicht vergessen, meine bessere Kuh hier rein zu knallen. Äh. Alle verheuert sich nicht gut. Hab mich ganz schnell mit der falschen Kuh gefahren. Na. Wie kann sowas passieren? Fahre ich mich selber. ein bisschen großes problem oder was ja genau sie geht ganz schön heftig naja seine kuh jetzt verbummelt die habe ich noch so jetzt vielleicht mal welche auch erfolgt wenn er jetzt ja ich glaube nicht weg ich sitze auf dem stuhl ich habe hier kein kabloses headset ich kann nicht weg hast du keine direktiven für sechsten sind doch habe ich stimmt ja einmal mit profis da siehst du geht doch mal für alles der mönnekes machen aber wir haben trotzdem gewonnen können nicht meckern ich merke wenn ich strebe bitte ich mir auf dem stream konzert anstatt aufs gefecht ist immer komisch weiß auch nicht warum 36 ich zähle sechs ja aber drei im team ach so das ist was anderes das kann lustig werden vor allem die map ist nicht so die allergeltste map kann man schnell mal abrutschen map ist fahren wir mal hin wo fahr ich überhaupt hin fahren wir unten durch die schlucht durch hier die vierer linie ja also ich fahr dann hier hier und dann wieder zurück kann sich hier hinstellen da halter und hinstellen oder oder da halter und sollte eigentlich klappen da habe ich mir soffen war ein bisschen gedrängelt ein bisschen gedrängelt hier hallo wir wollen ich möchte hier was los hier ja ja treffend einfach zweimal ist auch der stritz wagen gut sei der schießt ja auch noch der stritz wagen darfst du überhaupt schießen der stritz wagen von dort oben jetzt hänge ich hier wieder fest und kann nichts machen er ist ja zum kotzen ich bin gerade auch nicht so zufrieden ich bin gerade auch nicht die mitte durch ja passt aber auf in den ebr ja bist du auch gleich totbestimmt explodiert das ist ja nicht mehr normal oh mein gott nein ich liege auf der seite ich kann es leider nicht helfen ich liege auf der sache ja sag doch dass du müde bist ich liege auf der seite ich kann einfach keine ebr fahren ich freue mich auf dieser map hier bist du tot explodiert ja nein was denn ich kann mich ja nicht mehr bewegen was soll ich machen wo sind unsere heavys eigentlich ja ich werde eh gestorben oder so bbr fahren muss ich noch lernen wir sind mir noch zu schnell sind ja weil ich kriege nur kack diese map kannst du so schnell ausrutschen ich will mal irgendwie genau ähh pokorowka oder war die novka irgendwas mit novka ja und nicht himmelsdorf oder enz das wäre echt unglück naja stimmt oder hast du einfach nur ablenkung ich habe ja keinerlei deckung ich spreche nicht wenn ich hier vorfahre ok ich bin auf er guckt in meine richtung äh ich kann nichts machen ahja sieht realistisch aus wie er da war sieht realistisch aus wie er da war und halb 5 viel spaß mit dem ganzer au man wie hab ich dir gesagt ja ich weiß kommen wir nämlich durch glatt mal um scheiß aufs geld es ist können ahja oooooooohh ah der macht dich richtig ich bin schon vergeben wir verheiratet was soll die scheiße mit der lorraine meine frau hat gesagt bring den panzer heil nach hause wo ist das denn wie ist die schramme dran kann ich nix machen hier ja der ist müde auch panzer sind mal müde vor allem eb erst weil die so viel machen müssen oooooohh warum ich halt noch einmal sitzt nein fv 4005 na ich kann hier nix machen ich kann nur versuchen die dinge offen zu halten ich bin nicht vor von der ähnlichkeit ab ja ich weiß sehe ich hast du nur gesagt danke oh ich guck die nase es war eine sauerei aber auch da ist der fv ich fühle schön an dem doppelpack keine chance vorbeizukommen 9 zu 7 9 zu 7 ich tue mal so als ob ich gar nicht mal an der ecke hier stehen würde dann mach das mal da wartet ihr auf mich jetzt geht aber bestimmt gleich ablenkung von hinten kommt unser amx mach ich mal einen auftrag aufklären oh Gott ah ich mich schiebt ich habe getroffen juhu ich habe getroffen juhu ich habe getroffen juhu auf komm her dicker ich krieg's noch eins hier rein komm her komm komm so papa der hätte bestimmt die ketten voll Ketten voll wäre ja der Motor voll oh verrammelt der kam so schnell vor das war unfair jetzt rollt die kanone von petten ey ist ja wohl nicht wahr hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho und ich sag noch das ist noch mal vorkommen mensch so geht doch da bin ich ein paar meter wieder fahren das ist gut für motor geht es eigentlich an dir weil er heute so gut auch da oben jedoch der scheiß stritz wagen auf so einem ist die e3 und stritz wagen wird schwer werden das ist das größte land oder die größten bots gegen die er rammt dich er rammt dich er rammt dich ja keine chance das fühlte sich so gut aus ich muss sagen ich war der coolste tod glaube ich wie kann ein tod cool sein ja so wie ich da stand oder lag ach so meinte ja du warst müde ich nicht der panzer herrlich herrlich lustig so schlecht waren wir doch gar nicht ach komm ich hab dieser panzer hat einfach so laune ok ach der kildpanzer war nicht schlecht ach der kildpanzer war ja wieso hattest du kein zähler gehabt und schuldigung wenn ich noch mal raus ach egal weil sagte wollte ich noch mal habe ich nicht darauf geachtet was drinnen wasch sorry war jetzt mein fehler gelogen wässerung das ist ein web wo ich ein bisschen rumfahren kann wenn du müde bist halt an leg dich nicht wieder hin dann werde ich abgeschossen ich kenne welche nicht ein bisschen treffen und alle werden mich irgendwie über drei kilometer rüber snipen ich hatte mal mit der loren schon das biege mit dem radpanzer erst mal nur angeschossen hat er geeinigt beim 2 ist dann richtig in die luft geflogen richtig hoch gehüpft so so hüpf hüpf haben überhaupt ja ich will ein kleines sportgrund machen und dann versucht nicht zu sterben den jule sportmaster den jude jochen da hat es mich durch so ich fahr mal in der wald 100 km haben wir mit dem panzer man kennt es haus war ein haus ah ja ich war aber nicht offen also dein counterpart ja er trifft mich ich sag's doch noch ob ich bin offen hier ist irgendwas ich bin gleich dort bin gleich tot es gibt nichts auf mir geht nichts auf in dem welchen ja ich würde ich würde kurz durch wünsche wieder über die hälfte runter mit der bereifung es geht nichts auf er jetzt zum kotzen er trifft mich schon wieder wie ist das möglich profi der kann das ich war ja nicht mal schlecht so ist es ja nicht ich war nicht gestimmt geradeaus aber wie schafft man das er trifft mich schon wieder von hohen hat er wahrscheinlich auch der m drin und schießt einfach jetzt kann ich sein weil auch wenn ich gar nicht so glücklich ich bin raus da war so doof angestellt ich bin tot ich bin tot das hat jetzt nicht mal nichts geholfen hier hinten sind sie schon durchgepusht wenn unsere heavy setzt sich und die die medias die ruckzuck in den cap rüberfahren dann war es da geht sie weiter das ende des spielfelds ich habe noch eine von zehn runden ist richtig gut nämlich dass das ziel im leben als wappen das trifft sich jeder hat die magneto ausschalten also ist es nicht nur man das ist scheiß art das war so klar das sind voll auf mich auf dem radpanzer das schwierigste ziel da trifft man ja 3 zu 8 dauerhaft vor sich der brettpanzer lasse ich mal für heute über zu später stunde sind so zu schnell ja meine reaktion auch nicht schöner schuss und dann ging es langsam die option aus sauber da war das jetzt der st st 1 glaube ich nur dann und ist erwischt hat aufpassen da steht nämlich doch der e4 hängen hinterm leuchtturm ja objekt 430 u böse 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 panzer lass ihn kommen lass ihn kommen otis lass ihn einfach kommen so vorsicht wird jetzt schneller sauber rechts sti und vorne dicke enten mügel noch objekt 430 u genau und heute die kanone ich habe das können wir nicht mehr gehen so lange ein gefecht noch dann ändert das erstmal für den stream würde ich sagen dann klinge mich kurz mal auf zum telefonieren dann können wir wenn du willst auch ohne streamer ein bisschen weiter fahren ja dann schwimm ich lange noch kurz fifa oder so mal gucken aber was fahren wir jetzt weiß nicht ach kommt die fänder ich hab bloß ein bisschen panzer willst du achter fahren zum abschluss ja zum abschluss ja schön op panzer reinhauen oder nötig ein bisschen los ihr ja ach da liegen zwei defender auch nur 2 ist 22 hier ist drei nicht jetzt schon schlecht ich bin ja jener ich weiß mal eine eisbude ständig und es sind eis wir sehen was dann nachher oder was auch immer um ein bisschen gute laune zu produzieren ja wodka trinken die aus normalen trinkgläsern wo wir bei uns die kohle reinpacken oder fanta oder was es alles so gibt es heute mal eine lorenio habe ich jetzt dem progetto genommen ist egal jetzt noch nicht mehr zurück genau zeitreisen sind verboten da war ja was bei defender mecker über die panzer war selber ich bin auch gut ja so kennt man sich guck 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 ist da wer da kommt was das ist doch schön so zwei schuss zwei treffer ein schuss ein treffer ja jetzt ganz viel große kanonen hier das lassen wir mal sein die fänder will es wissen der taucht runter wie steht es 1 1 drei schuss drei treffer aber das wollen wir mehr ernsthaft die pushen ja wie verrückt die was hat denn der genutzt? Pow! Oh! Gar nicht, ich ignoriere mich! Ich habe so ein kleines IS Problem hier. Au! Da kann ich mich treffen? Und das denn? Das finde ich nicht gut. Der würde Indian Panzer! Mann! Das war die Sue von der gegnerischen Seite! Was macht denn unser Tiger? Unser Tiger ist AFK. Ich fahre mal mit! Oh Gott, wir sind da unten jetzt. Da werden wir ein Kornfeld verlieren. Oh, unser Tiger bewegt sich. Fällt er wieder an? Ja. Vergiss es. Wir haben nicht hier noch einen Mangel. Ja. Wurde zu acht. Läuft ja. Da kommen eingefächte noch. Bin ja schnell. Da wollen wir werden überreint. Schade. Ja. Der Tiger fehlt ja da oben. Ja. Der fehlte. Ja. Der fehlte. Ein letztes Gefecht zum Abschluss. Genau. Da würde ich sagen, beginnen wir den, oder enden, lassen wir den Stream enden mit dem, was wir begonnen haben. Mit einem Tier 4. Jo. Ein Vierer. Ein Vierer. Gut. Nein. Letztes Gefecht. Mit ein paar Farbschimmern. Zuschauern. Ich werde dann noch kurz FIFA streamen und dann, ja, können wir wieder Panzer fahren oder so. Ja. Ach, schön. Nur Vierer. Ist auch mal angenehm. Aber nicht Mathilda. Oh. Dies böse. Starke Bannsauung. Aber langsame. Schieß schnell. Ja, langsam. Ja, langsam. Ja. Aber die Briten haben damals im zweiten Saison, ja. Weltkrieg immer noch gedacht, die Panzer dienen der Unterstützung der Bodentruppen mit. Die brauchen nicht schnell sein als Angriffstruppe oder sowas. Sie waren nur als Unterstützung der Bodentruppe oder als Schutz. Darum die die britischen Panzer anfangen zu langsam. Ja. Wollen sich nicht weg. Na ja. Weißt du, ach so, das sind kleine Amerikaner, ne? Hm. Der österreichische Idiot damals hat die Waffen anders eingesetzt. Ja. Ein schneller Eingreiftruppe. So, hallo, ich seh mehr. Ah ja. Nicht weiter auf diesem Tank oder auf dieser Stufe ist ein Grandius. Sehr viel und keiner hat auch Hoffnung mitzukommen, finde ich auch gut. Hallo? Ich glaub ich mach nix auf. Warum hab ich eigentlich hier Schere drauf und keine Optik? Der ist so schnell wie der Jagdpanzer, da bräuchte ich eigentlich Optiken drin und keine Schere. Also. Ja gut, auf C4 geht das immer noch. Ich will gar nix, aber das ist normale Standard-Equipen. Aber ich mach auch nix auf. Hm. Ah ja. Dann noch hab ich gar nix. Das fehlen der Medium bei mir hier. Ja. Ich bin auch nix. Ja, die Wahl war schon auf mir drauf. Ach. Ja, ich bin auch nix. Ja, die Wahl war schon auf mir drauf. Ach. Meine Fresse. Wuch! Ich hab ja was gefunden. Ich hab noch nix gefunden. Ich hab ja ein Lager gefunden. Nein, ich kann nicht aufschließen. Ich kann es auch nicht. Ich halte ihn aber mal mal offen. Wirst du mal hochfahren? Äh hochfahren. Ach. Komm dann dann selber. Grupp und Santa ist raus. Der will nicht mehr spielen. Der ist auch raus. Sehr gut. Egal. Schreibt euch ja genau. Ich hab's auch gemacht. Oh, ey. Ich hab's auch gemacht. Ey. Ich hab's auch gemacht. Ey. Spot schaden. Ey. aber wie hat die auf einmal jetzt das ist gemein das kenne ich ja auch wie sie einmal eingeschossen hat es gibt es auszuholen aber ich weiß nicht ob es eine gute Idee ist ach komm dann müssen wir fahren also hallo ja er guckt gleich zu mir wo wird er beschossen aber alle sind da hinten kommen wir nicht drauf es wird abgetaucht in der fahrt getroffen ok jetzt weiß ich warum ich hier schere doch aber der turm nicht mehr aber zu langsam dafür die kreis die kreis die kreis die kreis die kreis Ja, es ist, da sind noch viele Anfänger auf diesen Tierstufen. Das läuft dann ganz gut, eigentlich. Was denn? Ja, ich habe den Schuss richtig schön sehen können, wie er so gegen meinen Panzerflug. Von wem denn? Von wem denn? Vom P2640. Wo steht denn der? Irgendwie so, wie mein Mutagmorgen zur Schule geht. Achso, voller Elan. Genau. Achso, da komme ich nicht drauf. Das haben wir, glaube ich, gewonnen. Ich bin jetzt mal ein bisschen gemein, ich baue es mal ein bisschen Cap-Druck auf. Nur, um jetzt die Leute ein bisschen zu ärgern. Oh, sag mal, wo fährst du lang, du Idiot? Ja Mensch, hälst du keine Augen im Kopf, oder was? Wie schon habe ich zwar nicht gemacht. Da müssen sie dann schon zu uns kommen. Nein, gewonnen natürlich. Wie sie das gehört. Wie wir es eigentlich schon immer gehabt haben. Jupp. Verlieren kennen wir ja gar nicht. Patuni. Ich habe mich für das Team geopfert. Das mache ich auch immer, gleich zu Anfang. Dann habe ich es weg, weißt du? Ja. Dann braucht man kein schlechtes Gewissen zu haben und sowas. Eben. Dann brauche ich eine Medaille bekommen. Ich sehe noch nichts. Pazuchi Medaille, wie den Artis. Achso, ja, wenn er zwei Kills kriegt, die Paguchi. Pazuchi. Paguchi. Na ja, geht doch. Und der Odi ist halt auch nicht abgesagt. Ich habe noch eine Minute Boni, das war perfekt getimt. Na siehste, perfekt. Okay, liebe Freunde. Das soll es heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Besucht meinen YouTube-Channel und der gleichen Namen. Gucken könnt ihr auch ein Live da lassen. Was abonnieren. Habe ich auch nichts dagegen. Freut mich sehr. Und dann sage ich tschüss, auf Wiedersehen. Schönes Wochen noch. Und bis endlich. Ciao.